Mit Herz und Zahn für Momente mit diesen. Mit Herz und Zahn werden wir... Hallo liebe Fans, nach zuletzt zwei Auswärtssiegen wollen wir auch endlich wieder zu Hause gewinnen. Und um das zu schaffen, brauchen wir euch als achten Mann. Deshalb kommt am Samstag alle in die Hölle Süd und bekennt Farbe. Kommt in Grün und Weiß. Wir freuen uns auf euch. Mit Herz und Zahn werden wir...